Vor dem Wochenende noch schnell ein Trade. Das ist der Wunsch vieler, die am Freitag vielleicht ein bisschen früher nach Hause kommen oder von zu Hause aus sowieso arbeiten und sagen, Mensch, das nutze ich nochmal, da widme ich mich halb dem Markt. Das ist übrigens etwas, was viele eher professionelle Händler nicht so sehr tun. Da ist der Freitag eher so eine Auslaufphase. Da sagt man, okay, jetzt fangen wir nicht mehr an, neue Positionen zu eröffnen. Für uns gilt es beispielsweise, dass wir nach 16 Uhr nur noch Positionen eröffnen, die wir auch ziemlich wahrscheinlich von der Bewegungsausrichtung bis zum Handelsschluss ins Target bringen. Und damit meine ich eher US-Zeit. Also natürlich, der DAX ist dann schon fast rum. Aber Amerika hat dann ja immerhin nochmal sechs Stunden Zeit bis 22 Uhr. Also ein wenig Zeit, die man da vielleicht noch nutzen kann. Aber eben mit dem Hintergedanken, alles muss dann bis dahin geschlossen werden, was in diesem kleinen Zeitrahmen ist. Das betrifft natürlich nicht die großen Trades, aber das, was im Kleinen ist. So, aber lange Rede kurzer Sinn. Gucken wir mal, was der DAX geleistet hat. Ja, er hat sich einen Rücksetzer geleistet. Das ist vor dem Wochenende auch nicht so untypisch. Gewinnmitnahmen sind ja etwas, womit man rechnen muss. Der DAX hat es aber auf eine Art und Weise gemacht, die im besten Fall auffällig sind. Das ist jetzt hier der Index. Ich gehe mal rüber auf den DAX Future und auch da sehen wir natürlich die starke Abwärtsbewegung. Inwieweit auffällig, dass wir von diesem Tief, von diesem Startpunkt hier, ich zeige das mal hier auf dieser Seite und ich mache das mal etwas größer. Das ist der 4-Stunden-Chart jetzt. Da seht ihr, das ist das Tief vom 12. April vormittags oder morgens früh. Da sind wir ja so hoch und das sah so ganz grob jetzt mal aus. Und wenn wir so einen Rücksetzer wackelig gehabt hätten, wäre ich auf jeden Fall nochmal für die Long-Seite willens gewesen und auch bereit, das Ganze dann umzusetzen. Das Problem ist allerdings, dass der Markt im Moment steil nach unten kommt. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Beim Index sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Da sieht man hier zack die heftige Abwärtsbewegung, die kleine Unterbrechung zwischendurch beim Future. Also dem, was viele eben handeln, ist das so ein bisschen stärker hier ausgeprägt. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser im Stunden-Chart hier. Wir sehen aber, dass wir sehr weit runtergekommen sind. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn es in eine Richtung geht mit Überschneidung. Und wir sind drauf und dran. Noch sind wir ganz knapp der Überschneidung entkommen sozusagen. Also hier ist ja eine gewisse Unterstützung aus diesen Hochmarken hier. Solange wir da nicht eintauchen, ist das noch ein einigermaßen Okay-Zeichen. Wobei ich sagen muss, was soll denn hier drauf kommen? Streng genommen ist das etwas Gegenbewegung und anschließend nochmal Fortsetzung. Und spätestens dann haben wir die Überschneidung. Also das, was ich hier sehe und auch beim Index, ist im Moment nicht so sehr ermutigend. Im Sinne von, ja, ich setze mich auf die Kaufseite. Im großen Bild zumindest mal jetzt nicht unbedingt aktuell. Für den Nachmittag kann das durchaus sein, dass es hier nochmal nach oben geht. Da wir allerdings jetzt den amerikanischen Markt noch nicht angeguckt haben, müssen wir da erstmal einen Blick ebenfalls drauf werfen, was man damit machen kann. Und ich mag lieber den amerikanischen Markt fast handeln, denn dann muss ich nicht um 17.30 Uhr damit rechnen, dass das Volumen deutlich nachlässt, sondern kann dann eben entsprechend noch ein bisschen länger hoffen. So, und auch der Dow Jones ist runtergekommen und auch wenn wir den Dow Jones angucken, wir hatten hier ja gesagt, da irgendwo in die Kiste, wo genau, keine Ahnung. Ich bin kein Wahrsager, das kann ich nicht vorhersagen, wo er hingeht, aber es ist eben sehr typisch, dass wir hier den Fünffäller hier oder diesen Fünffäller, da bin ich mir bis heute noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze aufteilen muss, aber eben irgendwas hier oberhalb, das haben wir gesehen, Mindestbedingungen erfüllt. Und wenn es jetzt dann unbedingt sein soll, dann müssten wir damit rechnen, dass wir in etwa entweder diese Bewegung oder diese Bewegung, wobei wir feststellen, dadurch, dass die Tiefpunkte sehr ähnlich tief sind, ich mache es nochmal ein bisschen größer, das ist hier jetzt das Tief 24. Februar, das ist das Tief 8. März. Ihr seht, das ist jetzt kein Riesenunterschied, was das Ganze angeht, wir haben ungefähr so die Kiste, wo der Kurs hinfallen müsste, eigentlich das. So ein bisschen Orientierungshilfe gibt das letzte Tief, was wir am 12. April nochmal haben, also ganz grob, ich nehme jetzt mal nur eine dieser Linien, ist mir fast egal, welche von den beiden, aber irgendwo in diesen Bereich rein und wenn es so in diesem Umfeld wäre, würde mich das nicht wundern, weil wie gesagt, häufig ist das eine Orientierung. Die Art und Weise, wie der Kurs da idealerweise hinläuft, müsste korrektiv sein. So, und daran seht ihr schon, ich habe jetzt hier schon was nach aufwärts gemalt, das heißt, meine Erwartung ist eigentlich abwärts, aber vorläufig, und das ist jetzt etwas für vielleicht die nächsten Stunden, für die Freitagnachmittag- bis Abendhändler, dass wir in den nächsten Stunden hier erst nochmal so ein bisschen wieder nach oben kommen. Das ist kein Versprechen, dass das passiert, aber es wäre sehr, sehr typisch, dass wir so etwas auch hier erstmal in die Korrektur bringen. Im Prinzip gilt das gleiche Prinzip, nämlich, dass der Kurs hier die Gegenrichtung hier wiederum macht und ebenfalls in diese Zone reinfällt. Das ist wie gesagt kein Versprechen, dass das passiert. Viele wünschen sich immer, ja, du musst das jetzt konkret sagen, dass er das macht. Das weiß kein Mensch auf der Welt, was er als nächstes macht. Aber das ist ein typisches, ein normales, ein statistisch relevantes Ereignis, dass der Kurs dahin geht. Wenn das korrektiv wackelig, also A, B, C oder von mir aus auch mehrfach wackelig ist, dann eben die Fortsetzung hier nach unten. So, im Großen will ich es dabei bewenden lassen. Dazu mache ich am Wochenende sicherlich nochmal ein genaueres Update. Für den Nachmittag bedeutet das und den Abend, dass wir vielleicht in den nächsten mehreren Stunden tatsächlich die Chance haben, dass wir das, was wir jetzt hier in dieser Zeit hier von gestern bis heute Nacht sozusagen, was da kaputt gemacht wurde, dass das wieder ein bisschen wettgemacht wird. Also, dass diese vielleicht starke Bewegung jetzt gegenläufig passiert. Aber, ihr seht schon, passt auf, lasst euch nicht einlullen im Sinne, wenn es nur eine korrektive Bewegung ist, solltet ihr immer nur die steilen Flanken handeln. Und wenn ihr eine A, B, C Bewegung habt, sind das typische Gegenbewegungen und dann eben anschließend die Fortsetzung. Auch hier A, B, C, also so dreiwellige Bewegung, anschließend nochmal die Fortsetzung. Also, ihr seht, das spielt gar keine Rolle, welchen Index wir da angucken. Dieses Grundprinzip ist mehr oder weniger das Gleiche. Ja, viel mehr kann ich für den Augenblick gar nicht mitgeben. Für den aktuellen Rahmen, auch wenn ich hier jetzt hier so, wir sind noch vorbörslich hier, den Nasdaq hier mal angucke, dann haben wir ja hier immerhin noch die starke Bewegung. Auch die war relativ stark. Dann hatten wir hier diese A, B, C. Also, solange das eben wackelig runterkommt, ist wohl die Fortsetzung nach oben. Denkt an diese Kiste, malt das mal selber hier vielleicht ein für dieses Ding. Das Hoch, was wir hier haben, ist der 21. April. Das Tief ist hier der 22. Ich mache es auch hier nochmal groß, damit ihr es leichter habt. Also, die Kiste, ich mache es immer andeutungsweise, wahrscheinlich ein bisschen tiefer, als ich sie gemalt habe, so. Vielleicht hat man dann hier noch einen gewissen Restwiderstand aus ehemaligen Tiefs. Also, da seht ihr, das wären so klassische Zielmarken für den Weg dahin. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er das macht. Behaltet das mal im Auge, insbesondere, was diese Kursüberschneidung da angeht. Soweit, so gut. Das mal als kleines Update. Ich denke, jetzt haben wir, glaube ich, den S&P übersprungen. Aber ihr erahnt schon, das ist im Wesentlichen das Gleiche. Auch hier die starke Abwärtsbewegung. Auch hier die Kiste, dass wir da hochgehen. Das, was wir hier jetzt haben, das ist vielleicht nochmal gut. Siehst du, Rüdiger, lagste falsch. Ja, völlig. Aber ist ja nicht schlimm. Weil ich war zwar auf der Suche nach Long. Ich hätte aber eine A, B, C nach unten gebraucht. Der hat mir das geliefert. Es gab überhaupt null Chance hier nach dem Long-Einstieg. Das ist etwas, was viele missinterpretieren. Weil, wenn ich natürlich so einen Anstieg sehe, dann sage ich mir, der Anstieg ist doch super. Ich brauche aber jetzt eine Korrektur hier runter. Anschließend den Bruch, um dann eben Long zu gehen. Viele sind aber ungeduldig und sagen, dann gehe ich jetzt schon mal Long, weil es geht ja eh hoch. Ja gut, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Markt dann sagt, ja Moment, ich gebe dir gar keine Einstiegschance, weil es nicht wackelt, sondern weil es steil ist. Soweit mal das Update am Nachmittag. Ich wünsche euch für heute erstmal einen erfolgreichen Handelstag noch und für anschließend ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut.